Einen wunderschönen guten Morgen. In dieser Woche ist Verkaufsstart für die Apple Watch Series 7. Und mit dem Ausblick auf Fitness Plus hierzulande, da sollte sich doch die eine oder die andere Uhr verkaufen lassen. Für 75 Prozent aller Watch-Käufer und Käuferinnen ist es immer noch ihre allererste Apple-Uhr. Deshalb gibt es in dieser Woche eine kurze Starthilfe. Es geht um WatchOS und alles das, was man darüber nicht aus dem Handbuch erfährt.